Aloy, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut, warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mach ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Ja, wollte schon sagen, der hat schon wieder hier die Verbindung unterbrochen. Oder weiß der Geier, was der schon wieder treibt. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Okay, na dann. Machen wir eine kleine Pause. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokus-Netzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Äh, was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Wann warst du Teil von der Eclipse? Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich. Schon immer. Doch in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Okay, so einen Langhals wollten wir schon mal besteigen. Und jetzt müssen wir sogar das Ganze in der Mission machen. Schon damals gedacht, dass da eine Mission kommt. Okay, ja, oder wir tun sie still und heimlich nacheinander hier ausschalten. Aber hier den langen Bein. Ich weiß nicht, ob ich den mit einem Schlag hier kaputt bekomme. Die Wächter sind easy. Wahrscheinlich kein Problem. Hier ist schon nochmal so ein Langbein. So, den kriegen wir auch easy down. Okay, den Wächter müssen wir mal schauen. Wie so sagt sie, ouch? Ich kann über einen blöden Stein rüber gehen. Irgendwie rüber geschlittert oder so. Okay, wo genau muss ich überhaupt hin? Irgendwo dahin. Einmal quer durch die Mitte. Machen wir das einfach mal. Ich weiß halt nicht, stiller Schlag, ob das ausreicht. Das ist halt so eine Sache. Wenn ich das jetzt probiere, probieren sollte ich es jetzt auch nicht unbedingt. Davor sollten wir irgendwie die Wächter noch kaputt machen. Oder einfach mal ein bisschen weiter schleichen. So, komm mal her. Machen wir den noch fertig. Ich muss hier nach oben. Ah, an dem langen Bein vorbei. So, okay. Du da oben. Oh, jetzt bin ich in die Verdappnis rein. Okay. Wo genau? Ah, ich muss wieder nach oben klettern. Ah, was haben wir denn hier oben noch Tolles? Okay, hier komme ich aber, glaube ich, nicht nach oben. Ich denke nur hier vorne, wo die weißen Dinger sind. So, wir warten nochmal kurz, bis er umdreht. Und dann uns nochmal den Rücken zukehrt. So, und dann ganz schnell nach oben. Ich weiß nicht, inwiefern er uns jetzt noch angreifen kann. Oder uns überhaupt sieht. So eine Frage. So. Oh, loslassen. Okay, was haben wir hier Tolles? Eine kleine Box. Entfernte Explosionen. Ignorier sie. Ist nicht deine Sache. Okay. Oh, hier haben wir einen Plünderer. Beziehungsweise mehrere. Gleich mal vier Stück. Oder sogar auch fünf. Und eine Gans. So, ich denke mal, an denen sollte ich jetzt auch größtenteils vorbeigehen. Und ich mag die Gans haben. Die Gans hatte ich noch nie. Uh. Hat der das mitbekommen, dass die Gans gestorben ist? Komm, dreh dich weg. So, gab aber sogar gar nichts Besonderes hier. Okay. Hier müssen wir... Uh. Jetzt ein bisschen aufpassen. Ich bin ja schon dabei. Oh ja, es sind noch welche. Wollte ich schon sagen. Da ist ja gar niemand mehr. Okay. Hier oben haben wir wieder... Wo ist Gras? Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Was? Auch noch schnell handeln? Oh je. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Wer lässt Alarm aus? Okay. Ich probiere mich zu beeilen. So, komme ich jetzt hier durch? Oder muss ich hier weiter nach oben? Dann mal los. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insider-Wissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke? Über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eklipse-Truppen? Umgehen oder töten. Deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertöten. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Er hat seinen Posten verlassen, um seine Ration zu essen. Ich habe gedacht, der Langhals lebt noch. Lebt der jetzt überhaupt noch oder nicht? So, hier haben wir natürlich wieder einige. Was sind die? Teilweise hier sechs nur. Okay, die kann man eigentlich mit einem Headshot alle platt machen. So viele haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben wir, glaube ich, noch eine Box. Ich hoffe, der dreht nicht um. So, der hat einen gefunden. Das war ja klar. Wir haben sogar hohes Gras einmal. Okay. Das war leider kein Tarnkill. Wieso hat der mich gesehen? Oh, ich treffe ja sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was der hier macht. Was das für komische Dinger sind. Mach dich bereit für den Schlag des Schattens. Okay. Ah, nein. Alter, okay. Hatte ich so wenig Leben? Ein Schlag. Okay. Ich dachte, das geht ein bisschen einfacher. So, komm, den können wir mal machen. Das ist ja kein Problem. Dann wird der eigentlich ja entdeckt. Oh. Ah, super. Also, ein bisschen Alarm. Kommt der zu mir her? Also, manchmal. Da reicht es halt absolut nicht aus. Wieso haben die mich jetzt gesehen? Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Was haben wir hier noch tollste bei? Eigentlich gerade nicht so viel. Wow. So, lass mich durch. Eigentlich würde es mich natürlich interessieren, was wir Tolles haben. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen weiter. So. Oh, 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 oh. Eiei, der war aber schnell, du. Okay. Und. Super, jetzt kann ich den nicht mal pländern. Vor allem ja, weil hier lauter so kleine Boxen sind. Efra. So, da können wir jetzt alle hier scannen. Irgendwelche Leichen oder so. Alter, ist doch mies. Dass man da immer zwei Schüssel braucht. So, ich glaube, hier kann man noch irgendwas machen. Da ist schon wieder eine Vorratskiste. Oh, ist doch hier oben. Nein. Da kommt wieder einer. Jo, der währt ab. Alter, wie kann man blocken? Das wirst du nicht überleben. Okay. Blocken wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja, aiming pur. Alter, wieso kann der anderen blocken? Finde ich jetzt nicht so nett. Dass der irgendwie blocken kann. Okay, wir müssen, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein. So, den können wir ohne Probleme machen. So, und dann warten wir einfach mal ein bisschen. Ganz ruhig. Kann ich dich damit nehmen? Oh, wieso konnte ich jetzt keinen stillen Schlag machen? Finde ich nicht nett. Finde ich gar nicht nett. Oh, nein. Auch gesehen. Autsch. Oh, Alter, woher kommt der auf? Okay. Einen Moment. Das war nicht nett. So, kann ich mich irgendwo hier verstecken? An sich nicht so richtig. So, der ballert auf gut Glück. Ganz ruhig. Das bleibt ja stehen. Aber jedes Mal. Ich kann ja nicht richtig durchschleichen. So, jetzt hier einmal wieder. Alter, der eine. Das ist fast gesehen. Ah, super. Okay. Ich geh mal wieder kurz rüber. So. Oh. Achtung. Kommt der von hinten. Auf den Fersen. Nö, nö. Nö, nö. Muss ich erst mal treffen. Okay, ich muss auch treffen. Autsch. Okay, er hat getroffen. Okay, wir können wieder hier eine Runde schleichen. Oh, ist der eine jetzt gestorben? Oder haben wir den schon geblündert? So, während dem Kampf. So, alter. Alter, 32. Find ich aber nicht nett. So, ja, geh halt in Deckung. So, Kameras. Alter, er kann ganz schön viel aushalten. Ich weiß, er hat so ein Totenkopf-Symbol, aber an sich ist er, glaube ich, vom Level her noch nicht so mit oben. Und was ist das für ein Level? Oh, okay. Okay, 15. So, noch nicht runterfliegen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle. So, hier haben wir noch jemand. Und dann können wir uns mal endlich hier in Ruhe umschauen. Bei mir haben wir noch ein paar Sachen. Okay, ein komisches Wandbild. So, hier haben wir noch so einen Datenpunkt. So, haben wir noch welche irgendwo? Wir haben nochmal zwei. Einmal das da. Und einmal das hier. So, kann man hier noch irgendwas machen? Schräger Stamm. Na, ich kann gerade was drücken. Es bleibt aber immer nur ganz kurz da. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den langen Hals? Es war bestimmt nicht einfach, den langen Hals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir an. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Das sieht aus. Jetzt hätten sie wieder aufgestellt. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Ähm, okay. Was bringt das mir? Irgendwie glaube ich gar nichts. Das heißt, ich muss glaube hier entlang. Ich hätte es gedacht, der ist irgendwie noch so in Funktion. So ist der natürlich einfach mit dem Gerüst hier irgendwie an den langen Hals hochzuklettern. Vor allem hatten wir ja schön überall die Leitern.